Hier ist Mario Barth! Frauen haben nicht ein bisschen Mitleid mit uns Männer. Wenn wir Fieber haben. Ich werde sterben. Ich habe 100 Grad Fieber. Krieg du mal ein Kind. Kann ich mal durch, mein Mann ist behindert. Kann ich mal durch. Weißer Schalter, weiße Wand ist nicht einfach, ne? Heute ist es ja nicht. Heute... Heute verarsch ich es. Was hab ich gemacht? Das ist 10-9. Hast du entschärft? Nein, ich hab mich geirrt. Das ist nicht da, das ist da. Wer hat mal erwachsen. So einen Abend wie hier. Heute. Ohne Publikum. Wer scheitert? Nein, ich hab mal. Tschö. gotet varies. Tschö. Das ist 8,000 Euro.